Hallo ihr Lieben, ich bin Kirsten Behme, freischaffende Künstlerin und in diesem Videotutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr mit wenig Mittel, wenig Farbe eine sehr ruhige, reduzierte, in sich harmonische und trotzdem spannungsvolle und ausdrucksstarke abstrakte Landschaft malen könnt. Ich arbeite mit Sumpfkalk, mit Weizen, mit Pigmenten, mit Wachsen, mit Stiften. Ja, wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr also dieses Video in meinem Shop erwerben und zum Video gibt es dann auch wieder ein sehr ausführliches Handout mit Materialliste und ausführlicher Schritt-für-Schritt-Beschreibung. Bis dahin, alles Liebe, eure Kirsten aus Mühlhausen.